die 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 was das übersprungen ja wieso ich lese mir jetzt gerade durch wir schmecken gerade mit irgendeinem inspektor so kann sein kann ich einen neuen typ auswählen vielleicht was haben die alle mit vier mann gemacht mal gucken wie das hinkriegen ist so muss ich nicht wissen und anders denn so lassen wir uns zu tausend stücken hacken so und schrauber und kacke schaffst du doch oder kannst ja rennen sind ja keine wachen da so jetzt vorbei hinterher ach so willst du es machen oder so so du kannst mit einem affen rum wandern lassen auf feuer ist auf kacke verbockt sorry ganz durch ich stehe hinter der wand nicht gesehen sorry mein fehler ist hier noch was ist alles gecleared ich mag das nicht weil es war nix bullen das ist ein tresor ich mache ich auf die warte blü ich habe am Arsch Hallo Freunde Oh fuck, oh fuck, ich brenne, oh fuck Das ist nicht so gut Ich glaube, das schaffen wir nicht Wache hat mich etwas gesehen Soll man ja an den Kresor rankommen Nix passiert Nein, da war nix Da war nix Kommst du irgendwie da raus? 13 Münzen noch, die werden wir noch kriegen Wo bist du überhaupt? In dem Kresor drin, kacke Wie wollen wir da denn rankommen? Gar nicht Au, ich glaube ich lieg Du bist doch schon Ja Ich kann doch sowieso nichts machen, um dir zu helfen Kaspar Du könntest eben warten Wozu? Wirst du zwei von uns entdecken, oder was? Wieso, du kannst doch oben warten Ja, bringt doch nichts Ich bin sowieso grad verschissen Heller Es ist das heller lichter Tag Nein, ich bin gar nicht da Ich muss mich durch da Das sind jetzt die zehn im Tresor, oder was? Ups, da ist einer Da ist noch einer tot Guck mal Jetzt holen wir mal das Geld Haben wir geräumt Und jetzt rennen Alle Münzen haben wir gekriegt Falsche Richtung Und 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 Hier oben Ja Nichts mehr Oh, jam ey Ja Ja Wie Komm mir gleich mal die Knarre von unten Brauchst du nicht Das ist eh keine Munition Oh, ein Schuss, oder nicht? Nein So viel wie du vor dem anderen Zeug hast Was du jetzt grad in der Hand hast Ich hab nix in der Hand Hm, dann hättest du einen Schuss Und So, jetzt kommst du kommen Oh, haben sie dich Oh, haben sie dich Hättet ihr auch was anderes spielen sollen Ähm Boah, nicht so schlecht Der Hacker bringt dir überhaupt nix naja ich weiß 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 nein okay ich kann nicht okay ich will jetzt mal nicht in der kauf ja was spiele ich dann loxmus bringt auch nichts pickpocken müssen wieder den pickpocket gentleman ist gut 202 das hätten wir bitte vorher drauf kommen können mit was der scheiß armbrust so nee jetzt kann ich aber nicht mehr hacken das ist ja egal du brauchst du nur ein paar geld muss einsammeln da ach so haben alle das ist mir egal komm herr du schrauer so und durchbenden genau so ich bin das geist jetzt kann ich auch so macht das alles wenn der hubschrauber über mir ist vibriert sogar mein spiel ist nicht fast gesagt wo er mich entdeckt wenn man das geist getötet hier rechts ist eine wand also ein loch so ich gehe mal aufklären ich bin ja das geist muss ich wahrscheinlich noch mit dem affen noch mal lang und feuer rein zu laufen folgt bist du noch nicht wirklich ne ich mach dir schon die tür auf naja hinter mir so und jetzt immer von diesen komischen kassen zum nächsten ich habe es abgelenkt ich komme jetzt zu mir du kannst du ich jetzt renn durch und dann nach oben am besten auch scheiße jetzt sind die wand nicht hier zu genau jetzt in eng an der kästen rein ich bin ja das geist ist alles egal und da hörst du mir das wie die neue klamotten angezogen ich habe drei schuss ach so du hast sie schon alles klar ja ich dachte mir ich nehme die mal ich bin ja mich entdeckt man ja nicht so schnell warte ich gucke zuerst rum oh oh das ist ein hund und der entdeckt mich ziemlich schnell ups wie kommen wir dann jetzt da müssen wir durch folge meinen mal spur ich habe ihn schlafen gelegt komm runter und zwar rapide dann machen wir gehen wir in die docks rein und gut ist alter komm her komm her einfach her sauber ich muss mich erstmal tarnen so jetzt guck mir hier mal das selfpack hab nichts mehr viel habe ich auch nicht mehr ist aber nicht so schlecht oh kacke ich komme gleich wieder ich räume mir nur eben das geld aus ich weiß nicht wieso komme ich da nicht hoch wie geht es hier so gerade Moment nicht so geil versteck dich irgendwo wo du kannst kann mich nicht verstecken oh fuck mit nizfeuer rein mit nizfeuer rein einfach auf du spacken kann ich hier runter ja ich habe auch nicht mehr viel da liegen auch bandagen ja schnapp ich mir gleich ja erstmal weg Hufschrauber hab ihn ich bin tot irgendwas hat mich erwischt trenkeleiser turret achso ja da wo du gerade vorstehst muss ich einmal kurz verpissen nein nicht hinter mir her ich bin das geist können mich alle mal am arsch lecken keine knarre dafür keine emotionen so ich bin wieder das geist wir führen uns 17 Münzen noch da unten ist ein da ist ein safe und hier oh kacke ich kann gerade nicht Sekunde so ach da liegst du warum liegst du schon wieder ja ich bin tot ja ich konnte nicht weiterlaufen da war es im weg